Oh, ich fand's eigentlich cool. Und ich hoffe, mein Vater auch. Also natürlich musste er manchmal sich gegen seine Frauen durchsetzen. Vier an der Zahl. Aber er hat das immer ganz gut geschafft. Ja, vielleicht war er deswegen so powerful. Aber er hat das immer ganz gut geschafft. Aber er hat das immer ganz gut geschafft. Aber er hat das immer ganz gut geschafft. Untertitelung des ZDF, 2020